Bist du auch ein riesen Eishockey-Fan und möchtest mit uns DEL-Spielern auf dem Eis stehen, dann komm doch zum DEL Kids on Ice Day vorbei und habt Spaß mit uns. Ich finde es eine super Sache, dass immer wieder neue Kinder zu uns kommen in den Verein und sich beim Eishockey versuchen. Ich habe damals angefangen, da war ich vier, fünf Jahre alt. Ich wäre froh gewesen, es hätte damals so etwas gegeben, mit den Profis aufs Eis zu gehen. Hi Kids, Eishockey ist der coolste Sport. Kommt zum nächsten DEL Kids on Ice. Wir sehen uns, euer Simon Danner.